ist der männliche hast du etwas etwa was gegen männliche dodos die haben immer die wollen die eier nicht abdrücken das ist nicht unfair ich brauche noch einen weiblichen mit die sich paaren können das ist eigentlich das für ein schwachsinn warum sind eigentlich mushrooms für die für den bau der brücken nötig man braucht also immerhin dazu jetzt ehrlich ja doch jede brücke ich wollte jetzt hier gerade mal gucken damit sie wie groß sie ist und mich auch einschätzen kann ob ich da ein großes tor oder ein kleines rein machen muss dann steht da drin ein mushroom ein quatsch aber echt so ein quatsch jetzt muss ich jetzt muss ich erst irgendwie losen und kristallisch lagen gehen ne bieberdamm ja gut aber der ist ja auch nicht gerade einfacher zu finden irgendwo wo sei ich das wasser ist in der nähe vom sumpf und zack ratz batz da hast du mindestens mal zwei oder drei da von den bieber und den dämmen und den bieber dämmen ich weiß nicht an der bitte komplett nachvollziehen also ich habe auch noch keine bieberdämme hier gesehen weil ich kann da mal los verleigen kann ich dich auch zähmen kann ich eigentlich alles zähmen kannst mich auch zähmen ja hier trilo trilo weit oder bitte oder den kannst du nur toten ok und dann kommt eine höhe raus und so ist ziemlich gut roland kaiser mit e oder mit a geschrieben kaiser mit arne weiß es gerade gar nicht wo ich konnte nicht sagen kaiser als sänger roland roland kaiser mit acht habe ich also richtig geschrieben ich habe auch die lofosaurus also ein gezähmt genau ich jetzt das machen oder macht so ich fange jetzt glaube ich mal an langsam ein paar bauteile zu kraften hiervon vom stein und anderes was ist denn eigentlich los warum glitschen die viecher denn so durch die gegend zappelt da durch die gegend jetzt ist er verschwunden dieser komischen dinosaurier den ich gerade versucht habe nieder zu strecken der ist total ganze zeit nur durch die gegend geglitscht so zappel 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 und weg war auf einmal keine ahnung komisch verpackt oh groß der buck dings dicks bumsen bumsen und dings hab ich mir gerade in den kopf gesetzt ohne brücke mal zu testen ich habe zwar immer noch keine mauer hin aber schon mal eine brücke man man muss erst mal los man ist doch immer das gleiche man hat immer plötzlich immer wieder andere projekte die man macht kann man nicht einmal eine sache fertig machen nein hallo hallo kann man nicht tun die anderen haben auch schon diesen anderen mannschaftsdino da kam wie lang da waren acht sitzplätze frei ja das ist der diplo docus die finde ich ganz cool und dann kann man auch super easy zähmen ach mit ich habe total die orientierung verloren ich bin das gar nicht ziemlich das ist aber ganz gut hier im spiel weil das wenn du die richtige grafikeinstellung hast dann hast du das wirklich so denn die wetterverhältnisse sind dann wirklich so extrem dass man wirklich nichts mehr sieht wenn es nebelt also hier mehr geht es noch wenn du aber immer in den sünden bist und das nebelt oder im wald noch schlimmer so ist die dose leer ein lila strahl hop 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 weiß noch gar nicht ob ich den überhaupt wahrscheinlich welcher wieder landen und werde feststellen dass das eigentlich noch gar nicht meinem level entspricht so lila mal gucken da ist man auch wieder so gierig dass man da direkt ran geht gar nicht guckt was für wuchshafte tiere in der gegend sind ich muss hier weiterlaufen und schnell wieder auf den vogel da war jetzt so ein ding drin hier so ein katapulten scheiß war da drin hier jetzt ehrlich katerpulturetter und eine axt na ja immerhin 133 kommen wir noch was das ist ein wink mit dem zaunpfahl übrigens gewesen vom got ark zähm ein titanosaurus zähm ein titanosaurus ich habe übrigens bisher immer noch jetzt fast er ist zwei tage alt zwei tage alt und es hat noch keiner ein titanosaurus gezähmt also auch noch nicht ja alle die let's player die dort am ende plötzlich auf dem titanosaurus reiten nix da da ist nichts mit gezähmt das ist alles 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 forstames er stunken und er liebt ja ich finde ich finde das wenn dann wenn man das forstame wenn es nicht geklappt hat dann sagt man das wenigstens ne und aber die anderen sagen immer plötzlich ein cut und dann stehen sie ich habe doch eingesehen der fliegt mit dem quetzal alleine schießt einmal mit der kanone auf den kopf und sagt dann so habe ich den dann gezähmt da kam der cut und dann hat er plötzlich den titanosaurus gehabt alleine wir waren zu dritt und wir haben vier stunden lang auf den kopf geschossen aber bloß auf aber ich habe ja jetzt hat mir jemand geschrieben wir hätten den fast gezähmt gehabt das hat dich verärgerlicht ja also so viele schüsse wie wir darauf geballert haben also wir werden ganz sicher noch mal zähmen aber dann hier vielleicht für uns 4 4 für uns und in guter laune ich hätte mal lieber meine tiere auf passiv stellen sollen ich habe gerade noch einen weiblichen dodo entdeckt die haben sich da gleich gefreut bei uns hier bei unserer alten position da auf dem berg metall berg also hast du wirklich metall abgearbeitet lieber scheiße was war das denn irgendwas rentiert schnell auf den vogel ne ich habe kristall was okay beim kristall arbeiten tust du doch manchmal ja 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 bei kristall mess und das war mir jetzt gerade das was ich noch am besten wo ich noch am ehesten wusste übrigens muss ich mal ganz kurz um ein dankeschön sagen an den mann die heißt glaube ich im spiel wie heißt der chris der crack wie heißt er im spiel ja ich weiß es gar nicht muss kann ich sagen wir haben ja einen anderen namen hier im spiel das ist ein bisschen schwer dass das zu heißt habe ich stone food oder sowas dort feier ist ja original echte name der hat mir bei meinem problem mit dem mit meinem aufnahmeprogramm geholfen was mir zugute kommt und euch natürlich nicht ihr könnt diesmal nicht mehr sehen wenn jemand von meinen freunden online kommt oder wenn die mir was schreiben wird das nicht mehr angezeigt arschkarte kollegen ja vorher ich hatte ja nach irgendeinem blöden update von meinem aufnahmeprogramm ist dann irgendwann der der game game mode game die game aufnahme hat nicht mehr geklappt da muss ich immer eine monitor aufnahme machen und bei der monitor aufnahme siehst du alles was dann auch auf poppt wenn jetzt bei steam irgendwie ein spiel ein freund online kommt dann sehen die das die die zuschauer und wenn mir jemand wenn der tj schreibt dass er mich immer liebt und mir ganz viele küsschen zuwirft dann ja auch ja weil ich gerade entdeckt habe dass das dass der hole dort hingezogen ist wo du vorher gewohnt hast was ehrlich ich brauche mal eben eine question antwort ich wollte jetzt hier eine foundation setzen so boden ist zu schräg kann ich darum buddeln irgendwas angleichen oder nein das kannst du alles du kannst das aber trotzdem immer bauen du musst nur dafür ich komme auf kurze war und zeig dir das mal kurz ich erkläre ich erkläre es ich erkläre es euch ein weißer strahl wie der tj sie sind weißen strahl hier vorne ja ich sehe dann immerhin mein inventory ist so steinvoll ach so ok warte ich mach mal einen platz muss nur schnell machen wenn er schon einmal gelandet ist dieses komische teil ist nicht gleich weg ach so ja ich bin schnellstens da hoffe ich so ja das reicht so ich auch hier so kibbel drin ich laufe ich laufe drin ja du bist doch super damit kannst du kann er sich doch ein ding machen richtig deswegen hatte ich es gab bis der dodo harem ich hoffe mal dass jetzt meine mein dodo und das andere vier nicht gleich verschwunden sind und die mir immer noch folgen drücken und das sachen rausnehmen ja drin sind eigentlich nur das kibbel drin das ist so rotmutter portal das ist zum zu berufen nimm das ding erstmal raus also take all ok krass du hast jetzt gerade noch ein bisschen pech gehabt das ist nur also pech in anführungszeichen du hast jetzt nur ein kibbel drin gehabt und dann hast du noch bauteile drin waffen drin oder sowas und mit diesem kibbel ja das kibbel ist das beliebteste oder das das lieblings essen aller tiere damit kannst du die am schnellsten und am besten zähmen und das ist den dinosaurier den kannst du hier zähmen den hier den ich habe den kann ich zähmen den flieger saurier wie heißt der denn er sei schon hier sechs wie heißt denn der flugsau oder was ja terranodon ja bitte was ich habe das gar nicht verstanden jetzt wie heißt der warum das willst du von mir den kann ich damit zähmen ja du kannst übrigens das following habe ich ja gesagt damit die nicht mehr folgen ja genau ich war aber ich hatte mich jetzt so beeilt ich wusste jetzt nicht wie lange das jetzt wirklich noch da ist das ding genau und dann flitzen die mir jetzt nur in t die beiden ich kann es im ende auch sprechen deswegen wollte ich von dir jetzt noch mal genau hören das unterschreiben auch ganz viele in den kommentaren immer text das wird nicht so ausgesprochen ist es trotzdem übrigens den hier zähmen oder ein delphin oder ein pachysaurus oder die gibt es hier in der nähe nicht ich will auch so ein fliegemoped haben super wenn du einmal fliegst dann fliegst du immer das ist das was ich nicht machen wollte und ich bin aber ich bin auch so der typ ich gehe nicht mal nach nebenan zum konsum ohne flüge kakel wenn ich eben mit dem bilding fundation dann dort angegriffen von einem nein nein du musst ihn dann muss dann du mich folgende auf folge stellen muss am besten im haus parken okay das ist aber gerettet hat ja ja genau richtig ist eine ganz coole sache das super so hier wollte ich jetzt hier hin bauen weißt du hier so die schräge weil das kann ich nur hinten weg bauen das natürlich dann doof also willst jetzt hier was bauen genau da habe ich so schon von der ich nehme foundation kann es jetzt nicht mehr setzen jetzt muss dafür ist die sellings die heißen bei dir ruf bei tatsch heißen die ruf und nachher heißen die sellings bei holz stein und eisen habe ich noch nicht gelernt wahrscheinlich man kann ich ja in dem filter kuchen ruf weißen wir es auch bei dem nicht gelernt slow put glass ruf das ist schon mal das falsche netted roof roof end roof end roof straight castle room